Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier ja noch eigentlich am Looten. Wir wollten ja dieses eine Loch hier, wo war denn das? Hier noch betreten, damit wir hier durch sind. Jetzt muss ich aber erstmal den Weg wieder dahin finden. Doch hier runter und da rein. Und dann können wir hier runter. So. Sobald wir dort gewesen sind, können wir hier wieder gehen. Ich hoffe, ich bin hier jetzt richtig abgebogen. Bin ich hier richtig abgebogen? Ja, ich bin hier richtig abgebogen. Okay. Dann hier links und wieder links. So. Dann wären wir hier an dem Loch. Hier will ich aber vorher vielleicht ein Save Game machen. Das kann sein, dass wir das vielleicht nicht überleben hier. Oh. Okay. Warte. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Okay. Hat sich gelohnt. Hat sich sehr gelohnt hier. Nein. Aua. Komm, ich will hoch. Climbing Mode. Ja, jetzt. So. Okay. Hat sich gelohnt. Okay. Wo geht es dann hier wieder raus? Wenn wir hier hingehen. Alter, ist immer ein Labyrinth hier. Okay. Hier hoch, hier rein, durch. Und dann hier irgendwie runter und dann finden wir schon. Wir finden schon den Ausgang. Irgendwie. Irgendwann. Sind ja aber auch üble Labyrinthe hier. Und dann ab hier. Wo war denn das? Ähm. Genau. Hier geradeaus. Hier geradeaus, hä? No. Da geradeaus. Ja. Und dann hier runter. So. Dann. Hier auf. Die ganze Zeit nur noch geradeaus. Und dann müssten wir gleich den Ausgang sehen. Da ist er ja schon. Dann können wir ja gehen. No. Dunkel geworden. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Daggerfall. So. Daggerfall. Jo. 7.11. Okay. Also, die Waffe müssen wir erstmal wieder einstecken. und dann schauen wir mal wo waren noch mal die dunkle bruderschaft da unten ich habe echt einen kratzigen hals heute weiß auch nicht woran das liegt aber naja bei wenigstens hilft mir der kaffee hier neben mir noch ein bisschen aus gegen gegen den husten gegen den kratzigen hals wie weit noch okay war doch das da glaube ich das müsste die dunkle bruderschaft sein aber ich finde das geil dass das hier keine als gilde markierte haus ist sondern wirklich dass man da schon so reingehen muss wo war noch mal der festgeber wir werden dort noch mal ich glaube er war das wohl dann gehört reason to be proud nice ich weiß nicht ob ich das mitnehmen darf einfach so sagen wir gehen jetzt auch mal den ganzen krams verkaufen und unser geld mal auf der bank legen so voller falsche taste bisschen nordwestlich nordöstlich tschuldigung es ist ja die andere richtung ich bin heute aber auch irgendwie vom kopf her nicht richtig bei der sache tut mir leid dafür so und jetzt dahin müssen wir gleich mal ein bisschen wahrscheinlich warten leute for a while machen beziehungsweise gucken wir mal hier können wir noch nicht rein dann machen wir das zwei stunden wieder reichen oder ok doch nicht noch mal für eine können wir ihm jetzt mal auch noch was verkaufen was haben wir so das haben wir das haben wir so 598 geht in ordnung so was gibt es denn hier noch so was gibt es denn hier noch na egal so wo haben wir den nächsten laden kneipe wollen wir nicht kneipe wollen wir nicht da können auch noch was verkaufen und können wir mal schauen was der dann so ein sortiment hat so dann erstmal das alles weg so dann erstmal das alles weg so haben wir ordentlich geld dann aber so einen doch nicht aber jetzt ist es der dauernd noch mal der aber Waffe Ich würde lieber einhändige Waffen bevorzugen und den Schild beibehalten. So, was können wir noch verkaufen? Was ist das? Ne, hier war das, ne? Hier, genau. So, dann das weg. So, ein Moment. Wir müssen erstmal vielleicht aus dem Wagen unser Gold. Ah, da, okay. 28.000 haben wir jetzt auf Tasche. Dann können wir hier nochmal ein paar Bücher verkaufen oder so. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Hatte gerade einen wichtigen Anruf bekommen gehabt, tatsächlich. Was wollte ich hier bei dem? Habe ich jetzt total vergessen. Haben wir schon bei ihm verkauft, oder? Weiß nicht mehr. Ähm, ja, ich habe einen wichtigen Anruf bekommen, tatsächlich. Ich habe, äh, ein neues Jobangebot bekommen. Und da freue ich mich schon drauf, dass ich dann endlich, äh, von meinem alten Arbeitgeber jetzt wegkomme. Und endlich mal was Neues anfangen kann. Etwas, wo ich mich sogar kreativ ausleben kann. Wo genau ich dann arbeiten werde, werde ich halt nicht verraten, aber... Trotzdem, dann ist es auf jeden Fall für mich deutlich angenehmer. Hier wollten wir noch einkaufen, eigentlich. Wir wollten heute neue Rüstung schauen. Fällt mir gerade ein. Ob hier irgendwas noch... ...in Wehmer ist, also... ...Zwerg... ...Habt er leider nicht. So, dann können wir eigentlich unser Geld hier reinballern. So, Banking, Deposit, 28.000 haben wir. 2, 8, 5, 6, 6, und Enter. 60.000 Gold haben wir jetzt auf dem Konto. Haben wir auf dem Lohn? ...Kriegen wir überhaupt einen Lohn? Repay, borrow? Wahrscheinlich eher nicht. Aber komm, wir gehen noch mal zum dunklen Bruderschaft. Ich will, ich will da aufsteigen. Ich will, ich will Meuchelmörder sein. So. Dann schauen, was wir da alles an Quests bekommen. Die anderen Quests wollen wir uns auch noch ansehen, was das alles ist. Toll, ich war jetzt so lange am Telefonieren, man kann... ...mein Kaffee ist kalt geworden. Ich muss mir gleich mal schauen, ob während dieser Aufnahme oder nach der Aufnahme... ...ob ich dann mir eben schnell noch einen Kaffee mache. ...und dann hier runter. Und dann holen wir uns noch eine Quest. Und dann schauen wir mal, welche Rolle wir danach kriegen. Genau, hier oben war das. Hier. Hier. So, GetQuest. Hm, let me see, what task we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. No escape, würde ich sagen. As you know, Apprentice, there is no room for failure in the Dark Revort. Brothers who fail us are targeted for an Accounting. You will find a correct one such errand. ...former, äh, former member. Very good Apprentice. Daniktor Jermhardt, having learned something during his tenure in the Brotherhood, ...has wisely hidden himself. But we have a contact in the Jermford residence, a miserable young woman in blue named Kristen Wickhouse. Talk to her and get Daniktor Jermhardt's location. I will expect the Accounting to be accomplished and you to be back here in 90 days. Okay. Äh, ja, dann gehen wir hier rum. So, nochmal schauen. Was sagt die Quest, äh... So... In the Jermford residence. Dann schauen wir mal, wo der ist. Jermford residence. Wir fragen ihn mal. Äh... Location. Äh... Do not... Do not... Ne. Do not master sin. Moment. Ähm... The Kristen Wickhouse in the Jermford residence. Of Daggerford. Who will tell me what? Jermford residence. Haben wir den vielleicht sogar hier irgendwo... ...schon gesehen? Also, bisher sehe ich den nicht. Sind aber auch sehr, sehr viele Häuser hier. So, äh... Where is or tell me about? No, hier gibt's nichts von Erd. Hier, Location. People, things, work. Do not master sin. Do not master sin. Do not master sin. In person. Do not master sin. So, let's go. First question of the nice woman. So, let's ask him. Listen, I do not give direction to people to talk to me like that. ihn vielleicht, wieso guckt er, warum gucken die jetzt alle wieder böse, vielleicht so, generell, so, ask around some more friend, someone's bound to know, ok der scheint wieder etwas fröhlicher drauf zu sein, fragen wir die nette damen mal, generell, und so, last wo ist denn das, da im süden, ok, dann gehen wir mal da hin, und holen uns mal die informationen von der netten dame, oder dem netten herrn, der dort wartet, wo unser ziel ist, was sind das eigentlich für eine Hütte, ich glaube das eine magiergilde, so, noch ein bisschen nach Süden, kommen wir rennen sogar mal ein bisschen, und, das müsste das da sein, oder, ja, das müsste das hier sein, so, wer ist denn, ich will hier climben, hier ist niemand, ok, falsche Tür, da waren wir, hier vielleicht, hier ist niemand, ist das die, Max, das ist der second, I'm Chris, the fish you're after has slipped the hook and is living a fancy life down, just watch yourself not, the nectar jim heart knows how to fight and he is scared, wie ist das, wieso guckt der jetzt böse, aber ich finde es interessant, dass die da so, auf knien ist, na egal, wir gehen mal da raus, so, äh, der Dingchen hier ist ein Voilodon, 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 da hinten, da sehe ich den, glaube ich schon, wo ich hin muss, können wir hier nochmal ein Save-Game machen, auf die 4, und dann gehen wir mal da rein, und suchen unseren, und unser Ziel, so, werden gekillt, nice, nehmen wir mit, Alter, ich dachte schon, alter, was war das denn jetzt, bin ich jetzt hierhin geportet, wegen, so, alter, das, das fand ich jetzt krass, ich bin hierhin geportet, von da, hierhin, das finde ich jetzt krass, kann ich hierhin noch mal was, kann ich hierhin noch mal was tippen, ne, alter, hat mich das erschrocken, aber, wir gehen erstmal da rein, ein Wagenstab, und was haben wir hier, ah, und hier haben wir nochmal so einen Schädel, und sind jetzt hier, ok, das ist aber echt krass, komm, wir laden erstmal alles ab, was wir jetzt haben, hier, removeen, dann haben wir zumindest, wieder ein bisschen Platz im Inventar, und wir gehen hier lang, ok, ja, wir wollten hier lang, also gehen wir jetzt hier lang, wir gehen da lang, Autsch, ok, den Riesen haben wir, ok, hier gibt es sonst nichts, oder vielleicht ein Geheimgang, mal schauen, Geheime Tür, versteckt, irgendwo, nope, aber man hört auf andauernd irgendwelche Türen, die aufgehen, Ah, ok, da unten fehlt aber noch was, wie ich sehe, So, ein bisschen schneller, ich glaube, da hinten waren wir noch gar nicht, ja, da hinten waren wir noch nicht, So, ein Werbeer, okay, Autsch, noch ein Werbeer, wir müssen aber hier mal ganz kurz irgendwie resten, So, You have slain Doniktar Yimheart, the brother heart will be pleased, Nice, Okay, Ziel erreicht, Okay, mit dem Boden da, eine interessante Textur, also wie es verzerrt wurde, So, Ah, hier sind wir noch gar nicht gewesen, Hier ist niemand, Wie sieht es hier aus? Okay, das finde ich jetzt nice, dass es hier auch solche Wege gibt, noch ein Riese, Autsch, der hat mich jetzt erwischt, Da ist noch einer, und hier gibt es noch ein paar Schätze, und ein paar Särge, was aber jetzt mit dem da unten, der hat irgendwen da kalt gemacht, aber, So, jetzt nicht gold, nice, wie auch immer, der da getötet hat, äh, hat leider nichts, Okay, sonst gibt es hier auch nichts mehr, doch, eine Tür, hier gibt es noch eine Tür, mit wieder so verzerrten Boden, warum ist der Boden so verzerrt hier, Okay, dann schauen wir mal, wo müssen wir noch mal hin, haben wir alles hier erkundet, hier oben, da wo der Teleporter ist, noch nicht, aber wenn wir, hier, hier waren wir noch gar nicht, wenn wir den ganzen Weg wieder, wenn ich jetzt mal auch sehen könnte, den Weg hier hoch, ja, wir gehen erst mal da hoch, wir gehen erst mal den kompletten Weg zurück, und hier, dann sind wir jetzt erst mal wieder hier, und dann schauen wir noch mal, wo müssen wir lang, wenn wir hier gehen, müssen wir hier gleich rechts, damit wir wieder zurückkommen, also noch nicht hier, sondern da hinten, oder, müssen wir hier, ja, hier müssen wir hin, da können wir auch einmal kurz, unser Inventar wieder, leer machen, genau hier, machen wir Inventar einmal kurz, alles, removen, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, Tower Shield, ganz normaler Tower Shield, ich würde gerne auch mal, was Neues von dem Tower Shield haben, ne, Dweber Variante, oder sowas, ah genau, hier, da war der andere Weg, dann gehen wir hier mal lang, okay, okay, hier ist niemand, wie sieht's hier, okay, der ist zu, nicht mal eine Geheimtür, oder sowas, gar nichts, okay, dann können wir wieder gehen, dann haben wir hier alles fertig, ne, da lang, dann gehen wir, oh, ist dunkel geworden, so, ab zurück nach, äh, hier, Mega Fall, ja bitte, schnell reisen, genau, ich finde, ich finde es einfach genial, wie die Musik hier immer so wechselt, so, was sagten die Uhr, 7 Uhr 12 wieder, wir kommen hier immer irgendwie morgens an, hier im General Store können wir bestimmt noch was verkaufen, äh, Cell, da haben wir, irgendwas müssen wir doch wie ihn haben, oder? Hier, wir werden hier eh verrufen, ich merke schon, wir kriegen es nicht hin, unseren Ruf nach oben zu steigern, sondern, äh, Starward Young Woman, Wearing the Livery of Daggerfall, presents you with a letter, turning sharply, she mounts her horse and rides away, Aupky, Queen of Daggerfall, uh, use, dear Max Zeus II, I need your assistance once more, your valor and discretion, uh, inval, inval, ah, ich kann das Wort nicht lesen, inval, I will, when last you served me in the meta with Nulfaga, please meet with me at Castle Daggerfall, when next you pass through, Aupky, Queen of Daggerfall, O.K., die möchte wieder mit mir zu tun haben, so, aber wir brauchen jetzt erstmal wieder einen neuen Laden, in die Richtung müssen wir gehen, und wo ist denn jetzt der Laden wieder, ach, das da, sicher, dass das hier der Laden ist, so hoch wie der ist, das ist ein General Store, ja, dann gehen wir mal ein bisschen in die Richtung, die Frage ist, wollen wir dann jetzt erstmal die dunkle Bruderschaft dann weitermachen, oder auch die Hauptquest, ich bin schon zu weit, hier sind die ganzen Läden, ach so, ja, stimmt, wir müssen erstmal hier das hier machen, sagen wir vier Stunden, das müsste reichen, was kann ich ihm verkaufen? Ihm kann ich gar nichts verkaufen, so, aber dem kann ich was verkaufen, ne, so, hier wird alles einmal weg, und selten, der Geldverdienende ist aber hier auch echt krass, finde ich, sobald man einmal raus hat, wie das geht, so, selten, und hier nochmal, da, sowas hat er hier im Angebot, immer noch nichts, was ich haben will, finde ich echt schade, Bücher müssen wir auch wieder bei euch hier haben, wir müssen aber diesen anderen Laden nochmal suchen, mit diesen drei goldenen Kugeln, so, wo ist denn der, wo könnte der denn sein, welche waren das, ich glaube, das da war es, Dr. Theodarts Pwnbrokers, ich glaube, das war der Laden, einfach mal Richtung Westen, sind wir schon da, oder, ja, müssen jetzt gleich da sein, da, da haben wir den, so, ihm können wir auf jeden Fall noch was verkaufen, das alles zum Beispiel, 2,5 Kilo haben wir noch auf dem Wagen, aber was, wo können wir das eigentlich verkaufen, was wir da auf dem Wagen haben, so, dann können wir jetzt nochmal zur dunklen Bruderschaft, und die Quest abgeben, so, 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 ich hoffe, die werden das nicht mit mir machen, wenn ich mal eine Quest verkacke, ich will mal schauen, ob wir hier bei den, anderen Mitgliedern, hier uns noch irgendwas, holen können, gab es denn die alle, hier gab es ja noch jemanden, make potions, you are not sufficient ranked, to use my services, okay, wie sieht es hier aus, hier haben wir ja noch jemanden, buy potions, my services are only available for persons of rank, okay, den Rang haben wir noch nicht, um hier irgendwas zu kaufen, können wir bei irgendwas kaufen, nein, normal, normal, können wir bei irgendwas, irgendwelche Dienste, vielleicht kriegen, von ihr kriegen wir keine gewissen Dienste, training, training will cost you five hundred, do you wish to receive training, komm, wir machen das mal, ich finde es geil, dass hier Dedrick gibt, also, komm, wir machen das hier mal, you and the trainer practice for three hours, the trainer tells you to reflect on what you've learned, and see if you can put it to good use, okay, wir haben 500 gold, jetzt einfach mal für ein training ausgegeben, wo ich nicht weiß, ob das uns auch was bringt, komm, wir machen mal erstmal vielleicht, die Hauptquests weiter, für, nicht nur Faga, für Aupki, oder wie die heißt, so, ah, wieso drücke ich mal rechtsklick, okay, einfach Nordosten, einfach Richtung Nordosten, dann haben wir das gleich schon, so, ich sehe schon da hinten, da haben wir schon das Schloss, und dann müssen wir noch mal schauen, wer war nochmal Aupki, ja, kommt, schneller, so, dann hier, Dankeschön, die war doch Aupki, oder, Max, I do not know even how to approach this subject, I need you to promise me on your ancestors' honor, that you will do what you can to help me, and never grieve of what I say, or what you see to anyone else anywhere, will you so swear, yes, ach du scheiße, wie viel, wie viel text, I will trust you then, Max, the matter concerns my mother-in-law, the Dohvarger, queen of Daggerfall, and widow or Lysandos Minizera, as mistress of the household finances, I have noticed that she has been paying for the upkeep of a fortress called Castle Necromogan, complete with a large platoon of soldiers, a short while ago, she disappeared with a wrapped parcel of papers, and came back days later with empty hands, she has recently left again with another parcel of letters, and my spies have verified that she has gone to Castle Necromogan, you will have to trust that May's suspicion of her activities is justifiable, for I am not in a position to offer proof, what I need for you to do is go to Castle Necromogan, and find that parcel of letters or any other information about her activities there, Minizera will be returning in 30 days, you cannot have any more time than that, I fear. Good luck! Okay, also, da kommen wir jetzt der Hauptquest mal ein bisschen näher, also, das ist, nein, das wollte ich jetzt nicht, wollte das, also, müssen wir jetzt nach, wie heißt das, Necromogan oder so, Castle Necromogan, okay, und das machen wir dann in der nächsten Folge, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020